Salbei, liebe Helfer. Ich muss mich das mal leider so bei Enk melden, weil ich beim Helfertreffen leider in Amerika bin. Leider. Und ich möchte mich nochmal bei Enk im Namen vom ganzen Jucksteam und persönlich bedanken, weil ohne Enk wäre das auch mehr in den drei Tagen nicht das gewesen, was es gewesen ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, eigentlich noch kurz zu sagen, genießt die Feier, genießt das Essen, lass es gut gehen, es hat es verdient. Das kleine Resultat vom Flyless Projekt, hoffentlich könnt ihr euch auch noch anschauen. Ich gehe jetzt ein bisschen nach rechts, dass man das Schloss sieht, Richtung Schlucht runter, das ist nicht so viel. Was soll da sein? Bitte? Was ist da jetzt? Da findet da noch mehr statt, also unten um den Platz in der Schlucht geht es. Okay, dann haben wir es eh schon. Ja. Das ist ein schönes Platz. Na okay, von der letzten Lärm bilden wir alle Leute, aber wirklich alle Leute, die ein bisschen zivilisiert sind und gut gebildet, ich möchte mal gerne nicht zu kommen lassen. Toll, toi, toi! Ja gut, ein, ein. Arschle Еще mal ... Brauchst du ein Video oder Lust? Einen Video machst du ja noch! Du fahrst mit oben und brauchst dich halt mithrauchen. Blaulicht Zirene Schlägerei Es ist sehr heiß hier Boxen, Verstärker, lautes Geschrei Das ist zu heiß hier Deißen, nackt sein, Alkohol Das ist zu heiß hier Ich liebe es Ich brauche es Gib mir mehr, gib mir mehr von diesen Küstlichkeiten Gib mir mehr, gib mir mehr, ich will mir Spaß bereiten Brennend, heißer, wüstensankt Das ist zu heiß hier Drogen, Fanta, Schlaraffenland Das ist zu heiß hier Vegas, Naturs, unser Frau Das ist zu heiß hier Und er fühlt mich sicher als Anstand, Mensch Ich liebe es Ich brauche es Gib mir mehr, gib mir mehr von diesen Küstlichkeiten Gib mir mehr, gib mir mehr, ich will mir Spaß bereiten Ich liebe es Ich brauche es Ich brauche es Gib mir mehr, gib mir mehr Ich bin schon bei 15 Sekunden, Fleile Das tut mir schrecklich, klar Das wird ein bisschen länger dauern Aaaaaaah Gut, also das ist nicht das Feuerzeug von Lukas Ihr nehmt das aber geben. Danke Markus. Das ist aber auch nicht meinig. Ich nehm es jetzt erst, sonst hab ich gekocht. Wir sind da Gaul mit einem geilen Bier. Und jetzt gibt's gleich die Musik. Wir gehen alle an. Wenn jemand diesen Scheiß anhört. Die zur Frage ist in meinem Kopf. Sogar beim Ohr nach ihr. Ich denk dabei nicht an süße Mädchen. Auch nicht an fesche Jungs. Ich denk dabei nur an euch Leute. Denn ihr, ihr seid mein Publikum. Es gibt Bams, die können besser singen. Es gibt Bams, die können besser tanzen. Doch wir, wir sind die Zamo-Welt. Und das schon alleine ist Mond genug. Dann wird es dir gefessert. Ja, Mann und die Party geht erst los. Hallo. Hallo. Wir sind die Mundwehr-Crew. Wir kommen vom Kieze. Heute geht's ab. Viel Spaß. Lukas, ihr nochmal stark in meine Taschen reingeschaut. Wir haben jetzt dein Feuerzeug gefunden. Ich gebe dir das jetzt. Danke, Markus. Dann kriegst du das wieder zurück. Danke, Lukas. Ich habe alles vorgenommen. Geil. Die Affen werden immer schlauer. Sie liegen uns schon auf der Lauer. Bald schon greifen sie uns an und machen sich uns untertan. Vorbelts, Vorbelts, Alarm, Alarm, Achtung, Achtung und Dagen! Die Bauern, Waffen und Achtung, Tückentälle und Macheten! Oh mein Herr, mach dich bereit, sie schlagen zu, es ist soweit! Vorbelts, Vorbelts, Alarm, Achtung, Achtung und Dagen! Und ich bitte eine kleine Sache, notiert den 29. Mai 2015 gut den Kalender. Wenn es helfen willst, könnt ihr gerne helfen, so darf es logisch allein als Besucher mit uns 2015 wieder feiern. Tschüss und Grüße, bis zum Augenblick!